Schreibungsvolle Stimme, plötzlich fällt ihr im Kopf, dass sie ihren Bruder unter einer Bedingung retten könnte. Sie muss ihn in einem Duell besiegen. Es war die Stimme von Titan. Denken, dass er im Schattenreich verloren war, kehrte er als eine der Schattenreide zurück. In Ordnung, reagieren wir uns. Wenn ich gewinne, stelle ihr Erinnerungen meines Bruders hinher. Das ist der Deal. Dein Ende des Deals. Aber wenn ich gewinne, bekomme ich auch bestellen Spirit-Schlüssel und eine Seele, die ich ins Reich der Schatten mitnehme. Wenn du und ich zum ersten Mal trafen, war ich nur ein Scharlatan der Schattenleder. Seitdem ich von ihnen ergriffen wurde, mich jetzt als wahre, ein authentischer Schattenreiter. Lass uns beginnen. Gott, leid, grünen Els. Geld? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Tutu, ey, was sind das für Leute? Ah, was? Ja, war? Ah, jetzt kann ich doch dieses... Ja, jetzt kann ich doch... Aber jetzt kann ich doch... Das ist die Aktivität, oder? Ja, ich kann ruhig das jetzt einfach machen. Aber er ist nicht gekommen, wie ich das andere machen kann. Jetzt kommt natürlich keine Zauberkarte, das ist natürlich von der Absicht. Ach so, das ist dafür da. Ach so! Ach so, ich hab gedacht, das sind dann die Fusion... Fusionierung zurückgebracht. Ach, dann... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ja, mach! So, ja, ist wieder nur Abzug, ja, bringt aber nix. Achso, kann der jetzt angreifen oder? Das war's für heute. 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 Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Okay. so lächerlich so lächerlich ich hätte gewonnen und dann wird es einfach nicht aber so gut, dass wir dich Das war's für heute.